Wie generieren Klimaforscher ihre Prognosen? Um in die Zukunft zu schauen, benötigen sie Klimamodelle. Dabei handelt es sich um eine simulierte Erde, mit der sie experimentieren. Die Grundlagen jedes Klimamodells sind die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die seit Hunderten von Jahren teilweise bekannt sind, die das Klimasystem der Erde antreiben. Das sind ganz einfache Gesetzmäßigkeiten. Zum Beispiel gehört dazu Erhaltungssätze, dass Dinge nicht verloren gehen können. Zu diesen Dingen, die nicht verloren gehen können, zählt zum Beispiel die Energie, die Masse und der Impuls. Um alle Details unseres Planeten zu berechnen, reichen selbst die größten Supercomputer nicht aus. Deshalb wird ein dreidimensionales Gitter auf die virtuelle Erde gelegt. Je kleiner die Boxen sind, desto aussagekräftiger ist das Modell. Aber umso mehr Daten müssen verarbeitet werden. Äußere Faktoren wie Sonneneinstrahlung und CO2-Konzentration werden vorgegeben, sodass an jedem Knotenpunkt etwa die Entwicklung der globalen Mitteltemperatur berechnet werden kann. Unsicherheiten entstehen bei eher kleinskaligen Klimakomponenten wie Wolken, Regenfällen oder lokal auftretenden Wirbelstürmen. Doch die Modelle werden immer präziser. Alles ist im Getriebe der Erde miteinander verzahnt. Bilden sich in der Atmosphäre mehr Wolken, beeinflusst das die Regenfälle und die Vegetation. Die Meeresspiegel steigen, wenn Gletscherwasser ins Meer gelangt. Verringert man den Druck in der Atmosphäre an einer Stelle und damit die Zahl der Luftmoleküle an diesem Ort, muss sich an anderer Stelle im System der Druck wieder erhöhen. Denn es können ja keine Moleküle verschwinden. Will man zum Beispiel Aussagen über den Monsoonregen an einem Ort der Erde berechnen, muss man dennoch den ganzen Globus berechnen. Denn das Wasser kommt von weit her und die Wolken werden über ganze Kontinente transportiert. Wir geben dem Klimamodell eigentlich kaum Daten vor, sondern wir vertrauen darauf, dass das Klimamodell aufgrund der Gesetzmäßigkeiten, die wir in dem Computerprogramm niedergelegt haben, sich seine eigene virtuelle Erde erschaffen kann. Und diese virtuelle Erde hat dann Klimazonen, hat Niederschläge, hat Ozeanströmung. All das wird aber vom Computer selbst berechnet. Das heißt, die einzigen Dinge, die wir vorgeben müssen, sind Dinge, die das Klimamodell nicht wissen kann. Zum Beispiel, wie steigt der Kohlendioxidgehalt in der Luft ein, weil es Menschen gibt? Wann gab es Vulkanausbrüche? Wie viel Energie bekommen wir von der Sonne? Wie schwankt diese Einstrahlung der Sonne im Laufe der Zeit? Im Supercomputer Mistral steckt das gesamte physikalische Inventar einer künstlichen Erde. Er bewältigt 3,6 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Ein Mensch würde nicht einmal eine schaffen. 100.000 Prozessorkerne arbeiten parallel, um die Gitterboxen der Klimamodelle zu berechnen und zu synchronisieren. Doch woher wissen die Forscher, dass die Ergebnisse stimmen? Die blaue Kurve zeigt den Anstieg der globalen Mitteltemperatur anhand von Messdaten. Lässt man im Klimamodell die industriellen CO2-Emissionen weg, dann stimmen die Werte, wie die gelbe Kurve zeigt, nicht mit den realen Temperaturen überein. Es wäre kühler auf der Erde. Wenn wir ein Klimamodell nehmen und dem Klimamodell verraten, wie viel Kohlendioxid die Menschen in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten ausgestoßen haben, dann ist dieses Klimamodell in der Lage, eine Temperaturentwicklung über die letzten 150 Jahre nachzubilden, die sehr, sehr gut zu den Beobachtungsdaten passt. Wenn wir aber diesen menschlichen Faktor, dieses menschengemachte Kohlendioxid, nicht berücksichtigen, das heißt, wir geben einen konstanten Kohlendioxidwert vor den Klimamodellen, dann gibt jedes Klimamodell der Welt eine Temperaturentwicklung heraus, die nicht mehr zu den Beobachtungsdaten passt, nicht mehr zur Realität passt. Und das ist für uns eines der Argumente dafür, eines der Indizien dafür, dass wirklich wir Menschen für den größten Teil der heutigen Klimaerwärmung verantwortlich sind. Wie ist die Klimaerwärmung für die Klimaerwärmung?